Liebe Freunde des Zeltens, hier haben wir das Reica Antaho 3 HC, ein echter Preis-Leistungs-Hammer im Tunnelzeltbereich. Ihr bekommt für 549 Euro sehr, sehr viel Zelt fürs Geld. Es ist aber mit 3,2 Kilo für die Größe sehr, sehr leicht. Es bietet vorne und hinten große Belüftungen, auch schön diese Flachkanäle, hier Gestängekanäle, auch schön die Steckhülsen für das Gestänge. Eine große Obside hier. Und sehr, sehr viel Platz innen, Höhe von 1,10 Meter. Hinten und vorne auch die Belüftungs-Mesh-Teile hier, die gleich auch als Kanal oder als Kamin-Effekt zwischen den beiden äußeren Belüftungen. Ja, wie gesagt, sehr, sehr viel Zelt für wenig Geld. Viel Spaß hier bei uns, bei Draußen an Leben in Heilsbronn, Bayerns größte Tracking-Zelt-Ausstellungsfläche. Danke, ciao, ciao.